Der namenlose Techniker ist wieder ein Stück vorangekommen. Er hat den dritten Hebel gefunden, hier unten in dieser Kanalisation des Burgfrieds. Ich habe den dritten Hebel und ich werde ihn benutzen. Und jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Aha. Das führt zu nichts. Mist. Ich habe nur zwei Stellungen, richtig? Ja. Naja, dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten eigentlich. Die Kette irritiert mich immer noch. Was habe ich denn da gemacht? Hm. So, die Kombination mit nur einem Hebel unten führen zu nichts. Zwei. Zwei. Tja. Tja. Irgendwie geht da gar nichts. Ich hätte mir mehr versprochen. Scheiße. Ach. Hier ist auch irgendwas. Vielleicht lösen die Hebel ja auch irgendwas im Nachbarraum, also oben aus. Da, wo die vielen Computer stehen. Das Ding ist mir immer noch ein Rätsel. Was bist du nur? Ach, ja. Ich werde wohl oder übel hier hochgehen müssen. Um dann hier auch nicht weiter zu wissen. Hier ist so ein Symbol. Ja. Das kann ich nur mir angucken. Das ändert sich nicht. Was ist das hier? Das ist dieses Symbol. Sternen und irgendwas. Und diese Zahlen, sollte mir irgendwas sagen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Elf mal sechs Zahlen. Ich kann sie alle lesen. Sie könnten wichtig sein. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also das sind drei Symbole. Hier scheint ein Symbol abgerissen zu sein. Hier oben scheint keins mehr gewesen zu sein. Also es werden sechs Symbole sein. Sechs Symbole für sechs Reihen. Ja. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist ja alles Wildes gerade hier. Hier habe ich zwei Symbole, die auf dem Zettel nicht drauf sind. Richtig? Doch, Moment mal. Weg. Das habe ich auch. Das hier fehlt. Und das hier könnte... Ach so, Rückseite? Das wäre gemein. Hier ist noch so ein Hauch von so einem Kreuz zu sehen. Das könnte genau da unten die Stelle sein. Also ich nehme an, dass dieses Dreizack-Symbol dasjenige ist, was hier fehlt. Das, das, das. Das, 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 das. Ja, und dann? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese Symbole mit diesen Zahlenreihen stehen. Und ob sie überhaupt in einem Zusammenhang stehen. Also steht jetzt diese Zahlenreihe für dieses Symbol und diese dann für das da oder für das da? Wenn das überhaupt nicht richtig ist. Moment mal. Weg. Geh mal rauf. Geh mal rauf. Immer weiter rauf. Das hier. 1171 bis 1188. Finde ich das hier irgendwie wieder, diese Zahlenreihe? Hier habe ich eine 11, aber eine 1142. Hier habe ich eine 11, 1190. Und hier andersrum gelesen werden es 1197 und 1160. Das hat nichts damit zu tun, offenbar. Wenn ich die 11, wenn ich diese 11 hier nicht finde, dann werde ich auch die anderen Zahlen da nicht finden. Habe ich mir relativ sicher. Der hier 1805, 1892. Ja, ich glaube, das ist nicht das Rätsellösung. Nee. Hat damit wohl nichts zu tun. Aha, dieser Hinweis ist weg. Damit muss ich nichts mehr anfangen. Also muss ich wohl oder übel wieder in diesen Keller, weil ich sonst überhaupt keine Idee habe, wie es weitergehen soll. Server offline. Ja, du kannst mich mal. Oh, hier. Zwei Münzen. Zufall. Ich dachte, was glänzt denn hier? Waren es zwei Münzen. Schön. Dann. Runter. Das Ding gibt mir auch noch Rätsel auf. Aber da braucht man irgendein Ding für. Irgendwas passiert hier. Und wofür sind eigentlich diese Hebel in der Kanalisation gut? Bim. Ja, hier ist was versteckt. Hier ist ganz viel versteckt. Ach, diese Rätsel da oben. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Acht, neun, zehn. Elf, zwölf. Dreizehn. Dreizehn an der Decke, oder? Vierzehn hier am Boden. Puh. Mal überlegen, hier ist ja so ein Strebe, also so ein Pfeiler. Vielleicht will er ja, dass ich alle, die in dieser Reihe sind, so ausrichte, wie das hier der Fall ist. Das hieße, der muss den Zacken so haben. Ja, wenn das hier so rumwandern würde, wäre es genau das gleiche. Hast du hier an der Reihe noch irgendein, der da? Was sind das? Also hier, da zeigt die Zacken hier lang, das ist die Reihe hier oben, die da. Da zeigt die Zacken in die gleiche Richtung und dann zeigt die Zacken dahin und dann zeigt die Zacken hier auf den Boden. Aber da ist nichts mehr. Und bei dem ist es genauso, wobei hier noch eine Bodenfliese dabei ist. Also der zeigt nach oben. Also muss erst mal die Zacken. So. So. Dann so. Da gäbe es noch einen. Aber der ist schon richtig, stimmt's? Zacker nach oben. Ja. Und da geht es wieder runter. Ja, das war nicht das Rätselslösung. Zumal dieses Rätselslösung ja auch nicht sämtliche dieser Teile mit einbezieht. Nach unten. Nach oben. Aber wo ist denn hier unten und oben? Boah. Null Ideen. Ach ja. Ich habe drei Hebel, die nichts bewirken. Ich habe eine Zahlenkolonie, die ich nicht verstehe. Ich habe drei Rechner, die mir Symbole anzeigen. Ich kann ja auch nirgendwo irgendwelche Zahlen eingeben. Ich glaube, ich wüsste nicht, wo ich das tun soll. Ich muss wahrscheinlich hier mit diesem Deckenrätsel weitermachen. Decken- und Fußbodenrätsel. Aber ich habe keine Idee, wie das gehen soll. Oder halt hier irgendwas. Hier gibt es noch Sammelobjekte. Hm. Ich habe all diesem Ding gezerrt. Aber was soll das? Es geht nicht wieder weg. Ich habe das Gefühl, ich habe hier noch nicht alles gefunden. Ah. Da ist nochmal so ein Teil. Aha. Ach, schade. Das ist nur das Teil, wo ich die Sterne einsetzen muss. Eins, zwei, drei. Ja. Irgendwann, wenn ich mal alle Sterne habe, kurz vorm Ende vom dritten Kapitel, wird mir hier dann wahrscheinlich ein blauer Orb gegeben. Das ist alles. Das hilft mir überhaupt nicht. Wie gehst du auf? Das weiß auch niemand. Upsala. Upsala. Ich habe noch keinen Hinweis erhalten, was ich hier mit diesen Hebeln machen soll. Vielleicht muss man die in irgendeiner bestimmten Reihenfolge runter und wieder hochdrücken. Da ist dieses Gitter, was nicht aufgeht. Ich nehme an, die Hebel machen das Gitter hoch. Das wäre irgendwie verwunderlich, wenn das nicht der Fall wäre. Oder halt diese Kiste auf. Aber wie sollten diese Hebel diese Kiste aufmachen? Das ist mechanisch sehr unlogisch. Das ist mechanisch sehr unlogisch. Ich habe das Steuerrad. Diese Steuerräder sehen immer vollständig identisch aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe immer da diese beiden Noppen und ich kann gar nichts damit tun, außer sie ein winzig kleines bisschen zu drehen. Das Rätsel verstehe ich nicht. Da hinten habe ich schon meinen Kram gesammelt, diesen Schatz. Hier gibt es nichts zu tun. Da hinten ist auch nichts mehr. Das ist der Hebel da mit diesem dicken Cursor. Unter mir. Sehe ich nichts. Die Decke ist auch unspektakulär. Was war das? Hier war irgendwas. Ah. Hier ist noch was. Hier ist irgendwas. Die Platte hängt ein bisschen vor, aber ich kann... Ach. Ah, ich kann es schieben. Und findet das fünfte Foto. Ah. Das hätte auch nicht jeder gefunden. Aber das hilft mir alles nicht weiter. Bilde ich mir das ein oder sind die Rätsel im dritten Kapitel wirklich ein bisschen heftiger als in den anderen beiden davor? Da kann ich nichts machen. Ich kann ja nichts drehen, nichts ziehen, nichts irgendwie... Das wird bestimmt auch irgendwie hier ausgelöst durch irgendwas. Uppsala. Nö. Null Ideen. Jetzt gehe ich wieder hoch in den Raum, in dem ich dieses doofen Deckenwitzel habe. Ach, du ahnst es nicht. Danach erlöse ich das Deckenwitzel und dann geht dieses Ding auf und ich finde das sechste Foto. Ja, klasse. Aber ich sehe mich noch nicht kurz vor der Lösung dieses Deckenwitzels. Ich brauche eine Boot-Diskette, die ich nicht habe. Es muss doch irgendwo ein Rätsel geben, wo es irgendwie weitergeht, wo ich alle Hinweise habe, die ich brauche. Aber welches sollte das sein? Das Deckenrätsel hier vielleicht. Als einziges. Weil ich hier ja offenbar diese Hinweissteine habe. Einmal so rum, einmal so rum. Da hinten ist nichts. Ich kann mir dieses Symbol ganz genau angucken. Ja. Mehr aber auch nicht. Ich kann all diese Teile drehen. Irgendwie. Ich bringe jetzt mal alle Deckensteine in die gleiche Reihenfolge. Also, dass immer der Zacken irgendwie in die gleiche Richtung zeigt. Zum Beispiel so wie der da. Dann passt der, dann passt der jetzt schon mal nicht. Müsse dann so sein. Der passt. Der passt nicht. So. Der passt dann so. Die da. Wäre dann so. Der passt. Die passen noch nicht. Der passt. Der passt. Der ist ganz alleine. Jawohl. Der passt noch nicht. Ja. Der passt. Ja. Jetzt haben alle die gleiche Ausrichtung. Meiner Ansicht nach. Immer so ein Zacken, der an die rechte Wand zeigt. Und das bringt mal gerade gar nichts. Jetzt kann ich mir die eine Fußbodenkachel noch anschauen. Jetzt ist es da genauso. Hm. Ihr seht mich ja wieder komplett ratlos. Tja, das angucken. 2, 2, 2, 6, 4, 1, 6, 8, 9, 9, 0, 1. Ich muss mal wieder mal ein bisschen in mich gehen und vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein. Hier bin ich wieder. Ja, ich habe hier oben in diesem Raum mit dem Sternbild-Diaprojektor noch ein Fotoschen gefunden. 6 von 7. Wo das siebte Foto ist, weiß ich ja schon. Unter dieser Glas-Schachtel in dem Keller, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich bin sehr ratlos, deswegen werde ich die Episode hier mal beenden und entweder hat einer von euch einen Rat und einen Tipp, wie es weitergehen kann. Oder ich werde mir dann mal den nächsten Punkt auf dem Zähler der Schande einhandeln, so ich denn nachts im Bett oder unter der Dusche nicht auch irgendwas komme, was ich im Moment aber nicht sehe. Weil diese bösartigen Decken-Rätsel, die haben mich schon immer geärgert. Hier komme ich auch nicht weiter. Ich muss hier irgendwas einstellen. Aber was zum Geier. Mir ist übrigens aufgefallen, wenn ich jetzt... Ach, hier ist noch was. Guck mal. Hihi, zwei Münzchen. Also wenn ich von hier aus, von diesem Treppenturm aus, da reingehe, dann stehe ich hier im hinteren Teil dieser Galerie. Und wenn ich von der anderen Seite komme, dann stehe ich da vorne irgendwo, da, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Also ich stehe hier in dieser Galerie an verschiedenen Punkten. Habe also auch eine leicht unterschiedliche Perspektive auf Dinge. Aber ich weiß nicht genau, was mir das nutzen soll. Hier bei den beiden schießt der Schütze von links nach rechts. Wenn ich jetzt da durchgehe und dann zurück gleich wieder. Dann schießt der Schütze von rechts nach links. Stimmt's? Ja. Aber auch identisch. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass der Pfeil vom Schützen jetzt irgendwie... Das wäre ja quasi... Ja, das gibt's gar nicht. Das schießt so ein bisschen nach unten. Das wäre dann quasi so hier. Und dann so hier. Das wäre echt zu doof, das Rätsel. Also das ist es auf keinen Fall. Und hier ist es genau umgedreht. Ich bin sicher, ich muss da mehr verschiedene Varianten ausprobieren. Hier mit diesen Zeigern. Und dann wäre das hier so irgendwie... Ja, das ist es genau nicht. Tja. 0,0 Idee. 0,0 Idee im Moment. Und damit ist die Episode aus. Und wie gesagt, entweder jemand von euch hat einen Tipp, wie irgendwo was weitergehen kann, wo ich hier gerade hänge. Oder wenn ich da nichts Substantielles von euch gesagt oder geschrieben bekomme, dann schaue ich mal nach, wie das nächste Rätsel zu lösen ist. Und damit geht es in jedem Fall dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin! Bis dahin!